Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo Leute, herzlich willkommen hier bei GodiLP und einer schönen kurzen Ankündigung. Gar nicht so viel Inhalt. Das heißt, wenn ihr es glaubt, ich verkündige hier ganz große Sachen, dann ausschalten. Nein, eigentlich bleibt alles wie gehabt. Also Baseball gibt es weiterhin am Montag um 16 Uhr normalerweise. Dann ja auch nur noch eine Folge von MLB 15 The Show, bis es dann weitergeht mit MLB 16 The Show. Ab Ende März, beziehungsweise Anfang April dann. Den Dienstag und den Donnerstag habe ich mir weiterhin geblockt für eventuelle Livestreams. Da haben wir halt The Hunter im Angebot oder den Football Manager, was wir schon oft gemacht haben. Den NBA GM Modus. Ich will ja auch gerne auch mal einen PGA Stream dann irgendwann mal starten. Ich glaube, The Hunter, da haben sich sogar einige angeboten, demnächst mal mit im TeamSpeak zu sein. Das ist ja dann auch durchaus mal interessant, euch zu hören. Finde ich gut. Und dann weitere Streaming-Spiele oder Spiele, die wir streamen würden, würden mir auf Ani direkt auch noch einfallen. Also es ist halt immer eine Zeitfrage. Ich hatte jetzt, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, genau, echt harte Arbeitstage, Arbeitswochen. Und ja, ihr habt es gesehen, vieles ist nicht dann immer gekommen, wenn es hätte erscheinen sollen. Ich habe es versucht, immer nachzureichen. Heute gibt es dann auch noch mal die Football Manager Folge, die eigentlich hätte ja schon gestern released werden müssen. Kann ich nur sagen, tut mir leid. Geht aber momentan nicht anders. Würde schon anders gehen. Ist mir aber ehrlich gesagt zu viel Hack-Mack. Und da es ja hier ein Hobby ist, ja, muss leider Gottes diese Geschichte oftmals, ja, weichen. Nein, weichen ist ja auch nicht richtig. Sich hinten anstellen. Es kommt halt Arbeit, Familie, das sind Faktoren, die kommen. Arbeit zwangsläufig mit einer hohen Priorität, Familie auch zwangsläufig. Nein. Ihr seid mir wichtig, auf jeden Fall. Und ich versuche es halt immer irgendwie einzuschieben. Ich reise ja auch nach und es werden auch wieder bessere Momente kommen. Jetzt mit dem Osterwochenende endlich mal entspannen und Kraft tanken. Dann vier Tage arbeiten und endlich mal eine Woche frei. Also auch da wird es ein bisschen was geben. So, jetzt aber eigentlich zu der Ankündigung, weil ihr denkt euch gerade, Alter, wenn alles wie bleibt, wie gehönt. Nein, natürlich nicht. Es gibt erfreuliche Nachrichten. Und zwar bin ich, ja, wie sagt man, ich bin ein Couch-Athlet geworden. Jetzt wissen wir ja doch schon. Ja. Nein, aber für die, die die Seite nicht kennen. Das ist eine sehr schöne, mir schon vorher bekannte Seite, die sich, ja, um Sportspiele dreht, Tipps und Tricks verfasst, News, Reviews, Previews. Und, ja, ja, ein lustiges Team, der das Ganze leitet. Das ist der Marc. Und der hatte mich halt angeschrieben und gefragt, hör mal, hättest du nicht Lust? Der war also auch mal bei Tommy Hawk TV unterwegs damals und hatte gefragt, ob ich halt den Baseball teilübernehmen möchte, würde. Weil da gibt es halt nicht so viele Leute, die sich da für den Mist interessieren. Für diese wunderschöne Sport. Nein, Spaß bei der Leitze. Das ist eine Randsportart, ja, aber ich liebe Baseball immer mehr. Und ich liebe Basketball am meisten, Fußball und Basketball, das sind meine Sportart, ihr wisst das. Aber Baseball ist so unfassbar im Kommen. Football eigentlich auch wieder, durch den Hype wurde ich auch wieder angesteckt. Aber Baseball ist eine so geile Sportart und ich habe es mir auf die Fahne schreiben lassen oder geschrieben, oder wie heißt das? Ich habe es mir zur Mission gemacht, so, machen wir einfach den Workaround, euch da draußen Baseball noch viel, viel näher zu bringen. Ja. Und ja, an dieser Mission halte ich fest. So, ja, dann habe ich gesagt, ja, finde ich interessant, ich habe mir das alles angehört, ein bisschen Fragen gestellt und dann habe ich gesagt, ja, fände ich gar nicht mal so schlecht, finde ich durchaus interessant. Wie gesagt, ich kannte die Seite schon. Jeder gute User, der was auf Sportspiele hält, sollte diese Seite kennen. Und ja, dann wurde mir auch noch der Golf-Part aufs Auge gedrückt, so ein bisschen, ja, durch die Hintertür. Aber auch das ist gar kein Problem. Da gibt es aber schon Review für Rory McIlroy zum Beispiel. Muss ich mal gucken, was ich euch da bringen kann. Es gibt auch schon in meinem ersten Artikel, in meinem, nein, eigentlich nur eine News über Out of the Park Baseball. Und jetzt werden vielleicht einige hellhörig. Solltet ihr auch. Aber dazu habe ich nichts zu sagen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle wieder etwas kommentieren noch dementieren. Ob ihr das versteht? Ja, der eine oder andere wird das verstehen. Ihr seid ja fiffige Jungs und Mädels. Also es gibt einen Newsartikel, mein erster für Out of the Park Baseball. Nun steht aber einfach nur drin, dass es released wurde und erstmal nicht mehr. Dramatische Pause, Ende. So, ja, dann der Jannis, der macht den Football- und Eishockey-Part. Ich kenne den Jannis oder Videos von Jannis. Ich wusste nicht, dass sein Vornamen so ist. Aber ich kenne ihn als Captain Captain auf YouTube. Er hat aber, glaube ich, seinen YouTube-Kanal irgendwann vor graumer Zeit schon geschlossen. Böng, mein Video ist umgewandelt. Das Böng streicht immer. Der Alexander, das ist, der übernimmt den Eishockey-Part oder hat den Eishockey-Part übernommen. Und den kenne ich auch. Das ist nämlich der Bloody LP auf YouTube. Auch ziemlich cool. Habe ich auch oft reingeguckt. Aber ich glaube, auch der ist doch inaktiv, oder? Ich müsste da jetzt mal, während ich mit euch rede... Nein, der ist nicht inaktiv. Was erzähle ich? Ich dachte, der wäre auch komplett rüber zu... Ach, egal. Der Raphael, den kennt ihr von GameTesticle HD. Oder auch die kennt man. Also bitte. Ich meine, diese ganzen Leute, Tommy und die Jungs von GameTesticle und Bloody, bin ich stolz. Also finde ich schon cool, dass ich mit so Leuten hier ein gemeinsames Projekt irgendwo habe. Dann mit Chris, der macht MMA und Football. Den kann ich jetzt noch nicht einordnen. Keine Ahnung. Ich habe mir durchgelesen über ihn. Aber ich kenne jetzt nicht in der virtuellen Welt, ob er einen Kanal hat oder irgendwas anderes. Ich glaube, der macht einfach nur vielleicht Artikel. Aber gerade die MMA... Eine gute Mischung. MMA und Football, das kann man schon mal machen. Ja, und ich halt. Sehr stolz. Der Tommy war auch mal irgendwann mal hier. Ich weiß gar nicht mehr, warum er das nicht macht. Ich muss ihn mal irgendwann mal fragen. Also, couchathleten.de. Da bewegt ihr euren Hintern gefälligst hin. Und dann könnt ihr, glaube ich, sogar meinen Artikel kommentieren. Und ja, immer wieder coole News zu diversen Spielen. Lohnt sich, regelmäßig reinzuschauen, denke ich mal. Ohne da jetzt hier... Wenn ich nicht von irgendwas überzeugt wäre, würde ich dafür keine Werbung machen. Ja, und ansonsten gibt es eine wunderbare neue Hämorrhoidensalbe. Und zwar ist die... Nein! Werbung machen, wisst ihr? Ach. Egal. Was habe ich euch noch zu erzählen? Also, es bleibt wie gehabt. Es kommen wahrscheinlich sogar noch Projekte dazu. Hm. Was könnte das wohl sein? Ich weiß es nicht. Ihr seid natürlich immer noch gefragt, wenn ihr Spiele wisst, wo ihr sagt, hey, macht doch da mal ein Let's Play von. Das wäre ziemlich cool. Manchmal hat man einige Spiele einfach nicht auf dem Schirm. Nicht die Big Games hier, sondern wirklich so Indie Games oder halt so kleinere Sachen. Dann könnt ihr die natürlich hier unter diesem Video zum Beispiel einfach mal posten. Und dann schaue ich mir das Ganze mal an, ob das was für mich wäre. Ich spiele nichts, wo ich nicht denke... Wo ich denke, dass das könnte mir keinen Spaß machen. Das kommt mir nicht ins Haus, so leid es mir tut. Manchmal stellt sich das erst später raus, aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Das war es eigentlich schon. Ich wollte euch eigentlich nur diese Ankündigung machen, dass sich A, das alles eigentlich so bleiben soll, wie es ist, weil ich damit recht zufrieden bin. Auch wenn ich hier und da momentan ein bisschen hinterher hinke, dann wollte ich das erklären, warum das so ist. Dann wollte ich euch ankündigen, dass ich ein Couch-Athlet bin und dass es wahrscheinlich neue Projekte geben wird, die jetzt auch nicht den Zeitrahmen sprengen werden. Ihr erwartet jetzt nicht, dass es jeden Tag fünf Videos gibt. Das wird nicht der Fall sein. Ein bis zwei Videos und das alle zwei Tage. Finde ich schon ganz cool eigentlich. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wirklich ganz dolle, dass ihr so tolle Menschen seid. Ja, ach komm, das kauft mir doch keiner ab, oder? Nee, ernsthaft. Jetzt nochmal ohne Witz. Ich habe sehr viele interessante Menschen hier kennengelernt. Schreibe auch privat. Sei es jetzt über Steam oder über Facebook. Schreibe ich privat auch durchaus hin und wieder mal mit einigen Leuten. Finde ich cool. Danke dafür. Danke für eure Treue auch. Finde ich cool. Hat sich eigentlich schon gelohnt. Und falls jemand das wissen will, die YouTube-Einnahmen für diesen Monat sind das auch ganz interessant. Dafür kann ich mir jetzt... Nee, das schneiden wir wieder raus. Nein, das schneide ich nicht raus. Auch die Bitte, dass ihr den Adblocker ausschaltet, scheint anscheinend wirklich angekommen zu sein. Und auch da ein dickes Danke. Ein paar Euro nebenbei verdienen. Und es sind wirklich ein paar Euro nur. Aber ist immer cool. Da kann ich das Ganze wieder in neue Spiele investieren und so weiter. Wenn ihr dann noch mehr mich unterstützen wollt, dann nutze ich diese Gelegenheit, um euch zu sagen. Oben seht ihr auch irgendwo in den Kanal-Infos auch noch meinen Amazon-Link. Wenn ihr darüber eure Amazon-Sachen bestellt, werde ich daran auch noch mit viel Glück beteiligt, wobei bei Amazon, ich glaube, die betrügen... Ja, hat er das laut gesagt? Nein. Ansonsten der MMO-Oga-Link, wenn ihr meint, nein, das reicht mir nicht, der Gotti, der arme Lump, dem spende ich jetzt erstmal die ein oder andere Million. Dann wären wir übrigens in dem Bereich, wo ich sagen würde, scheiß auf Arbeit, jetzt bin ich 24-7 für euch da. Nee, 24-7 nicht, aber... Also, wenn jetzt wirklich jemand gelangweilt ist und sagt, ich war bei mir auch und habe so abgesahnt, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, ich nehme es. Gar keine Frage. Und dann mache ich auch euren persönlichen Let's Player. Wovon rede ich ja eigentlich gerade? Ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Eigentlich ist diese Info jetzt schon wieder viel zu lange und ohne Inhalt. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke.